Hallo zusammen, ich bin Dian, ich bin Dennis und ich bin Mert. Und heute zeigen wir euch einen Alltag als Logistiker bei der Mert Ober AG. Kommt mit! Unser Alltag fängt damit an, dass wir als erstes eine volle Lastwagen ausladen. Ich habe mich für den Beruf Logistiker entschieden, weil es sehr abwechslungsreich ist, es eine sehr gute Grundausbildung ist und weil man auch sehr selbstständig arbeiten kann. Nachdem das Material auf Qualität geprüft wurde, wird es mit ein paar schnellen Klicks bei uns ins Lager eingebucht und verräumt. Bei der Mert Ober AG ist das Arbeitsklima sehr gut, wir sind alle per Du, zudem ist es sehr multikulturell und offen für jeden. Nachdem die Ware ins Lager kommt, werden Bestellungen für unsere Kunden vorbereitet und so schnell wie möglich auch unseren Kunden verschickt. Was du mitbringen musst, ist auf jeden Fall Motivation, sowie auch Interesse und Freude am körperlichen Arbeiten und auch Freude am Arbeiten mit stabilen und unterschiedlichen Geräten. Nach der Lehre kannst du bei uns Weiterbildungen absolvieren, wie z.B. der Logistikfachmann oder, falls du gerne ins Büro wechseln möchtest, den Logistik-Sachbearbeiter. Speziell an der Firma ist, wir haben ein neues und eines der modernsten Lager in der Schweiz und du bekommst die Möglichkeit, nach der Lehre bei uns zu bleiben, damit du dich vollständig auf QV fokussieren kannst. Wenn dir der Einblick als Logistiker bei Meiertobler gefallen hat, dann bewebt dich jetzt bei Meiertobler. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.